Moin, hier ist Miro von Olaid und heute erzähle ich euch ein kleines bisschen was über unseren nächsten Sale, während ich einen kleinen Spaziergang durch den Wald mache. Und vielleicht läuft uns auch das eine oder andere Modell über den Weg. Nachdem das Wetter nämlich die letzten Wochen eher bescheiden war, ist es heute mal wieder richtig schön. Und dann ist es doch die perfekte Gelegenheit, mit euch zusammen im Wald mal ein bisschen nach unseren neuen Produkten zu suchen. Und das erste habe ich auch schon gefunden. Die S2R-Beton 2 erstrahlt hier in einem genauso schönen Lila wie letztens die S1R-Beton 2. Und wir finden hier auch die gewohnten alten Werte wieder, wie die 1150 Lumen, über 130 Meter Reichweite mit einer schönen Ausleuchtung und eine wirklich gute Laufzeit dank dem 18650er Akku. Die S2R-Beton 2 in Lila ist auf 600 Stück im deutschsprachigen Raum limitiert. Da ich genau zu diesem Modell noch ein eigenes Video mache, setzen wir die Suche mal fort. Ja und lange müssen wir nicht suchen, denn wir haben natürlich auch noch eine andere Farbe für euch. Wer Lila nicht so mag, für den ist vielleicht die i5T hier in OD Green genau das Richtige. Die i5T wird von einer Doppel-A-Batterie angetrieben und schafft 300 Lumen und verfügt über einen niedrigen und einen hohen Modus. Von der i5T in OD Green haben wir in Deutschland und Österreich 1200 Stück. Ja, aber ich bin ja eigentlich hierher in den Wald gekommen, um mich ein bisschen zu bewegen. Also mal weiter und ich erzähle euch in der Zeit noch ein kleines bisschen was über den Sale. Ihr kennt es ja bereits, wenn ihr euch eins der Modelle einzeln holt, dann gibt es für gewöhnlich 30% Rabatt. Und so ist es auch hier in diesem Sale, wenn ihr euch die S2R Beton 2 in Lila oder die i5T in OD Green holt, alleine dann gibt es 30%. Und wenn ihr sie im Bundle mit diversen Taschenlampen euch holt, dann machen wir euch einen noch besseren Preis. Bei günstigeren Taschenlampen führt das des Öfteren dazu, dass die sogar fast kostenlos werden oder man nur 2-3 Euro drauf zahlt. Und dann gibt es nämlich 40% Rabatt. Und ich glaube, ich habe hier schon die nächste Lampe liegen sehen. Also mal schnell runter. Ja, und hier haben wir direkt eine ganz neue Farbe und zwar Minzgrün. Die Seeker 2 Pro ist ja ein äußerst beliebtes Modell bei euch mit 3200 Lumen, einem 5000 mAh Akku und einer wirklich breiten Ausleuchtung. Macht diese Taschenlampe sehr, sehr viel Spaß und die Farbe gefällt mir auch äußerst gut. Auch hier gilt wieder 30% Rabatt, wenn ihr sie einzeln kauft und bis zu 40% im Bundle. Ja, das ist aber noch nicht alles. Wir haben auch noch eine letzte Sache für euch und zwar einen alten Liebling. Der jetzt auch die letzte Woche bei mir sehr oft auf Facebook genannt wurde von euch als eine tolle Ergänzung zu anderen Taschenlampen. Und das ist die Warrior X Pro und ich zeige sie euch mal schnell hier auf dem Boden. Die Warrior X Pro schafft mit ihren 2250 Lumen bis zu 600 Meter Reichweite. Und das immer noch in einer recht kompakten Taschenlampe und mit einer guten Laufzeit dank dem 5000 mAh 21700er Akku. Und die Bedienung erfolgt über einen Endkappenschalter. Ganz nebenbei ist sie auch mit Abstand unsere robusteste Taschenlampe. Ja, jetzt habe ich euch so begeistert von den ganzen neuen Modellen erzählt, aber die Kerninformation, nämlich wann der Sale überhaupt startet, die habe ich euch noch nicht verraten. Und das ist der 23. Juli um 20 Uhr, denn die Zeit kommt nach wie vor gut bei euch an. Und das Ganze läuft dann bis zum Folgetag um Mitternacht, also 24. Juli um 23.59 Uhr, sagen wir mal. Da ist der Sale vorbei. Aber es wäre kein Ankündigungsvideo, wenn es nicht auch ein Giveaway gäbe. Und deshalb verlose ich unter allen von euch eine i5T in Odigreen. Die Frage mag ich ja wirklich sehr, sehr gerne. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch oder die eine oder andere von euch wird sich auch darüber freuen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich genieße jetzt mal meinen Spaziergang weiter. Und euch wünsche ich wie immer allzeit gutes Licht.